Die allermeisten Erklärungen, was der Hintergrund jetzt von einem Krieg ist, kommt dann ja in der Regel von der anderen Seite, der anderen Kriegspartei, die eigentlich probiert propagandistisch zu erklären, warum jetzt die andere Seite so böse ist. Zum einen der Zugang zu fremden Märkten, um die eigenen Produkte dort absetzen zu können, aber auch gleichzeitig der Zugang zu fremden Märkten, um dort billig produzieren zu lassen. Unter der Führung der großen liberalen Mächte und wenn einfach nur die Waren frei ausgetauscht werden und vielleicht auch noch fair produziert dabei wird, dann gibt es nicht mehr die Konflikte untereinander, weil dann können wir ja alles über den Warenaustausch regeln. Schaut euch das an, wir haben es euch gesagt, es ist nur Tod und Zerstörung entstanden, nichts Gutes ist entstanden und wir müssen jetzt aus diesem ganzen Trümmern, müssen wir etwas Neues erschaffen, müssen wir endlich eine Welt schaffen des Friedens. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seine Mittel wachsen mit der Zeit, aber seine Logik bleibt die gleiche. Er ist der höchste Ausdruck der Konflikte zwischen menschlichen Gesellschaften, die Klimax jeder Konkurrenz. Trotzdem scheint er für viele Menschen wie ein Mysterium, ein Einspruch gegen Gesellschaft, eine Krankheit der menschlichen Seele oder ein Überbleibsel überwunden gemeinter sozialer Praxen. Eigentlich macht der Krieg das offensichtlich, was falsch läuft, in der Ordnung unserer Welt. Feuertaufen mit weißem Phosphor, junge Männer aus den ärmsten Vierteln der Stadt, am anderen Ende der Welt, ihre Gewehre auf jene gerichtet, die ihr Schicksal teilen. All das wird regelmäßig genau von dieser Ordnung produziert. Paradoxerweise schafft dies aber genau einen Wunsch nach mehr von genau dieser Ordnung. Ein letzten Krieg, eine letzte Friedensmission, um sie zu schützen, den Kriegstreiber zu finden, in den Frieden zu treiben und ewig in imperialistischer Abhängigkeit an die Supermächte zu binden. Wir wollen heute weg von den Mythen. Wir wollen wissen, warum Krieg entsteht, wie seine Regeln sind und warum sich ihm immer, wenn er aufflammt, entgegengestellt werden muss. Ja, wieder mal eine sehr schöne, gelungene, stimmungsvolle Einleitung, mein Lieber. Ich stelle euch jetzt noch die Struktur der heutigen Folge vor. Wir sprechen zuerst über das Phänomen Krieg. Dann gehen wir zu der Frage, warum Krieg. Und zum Schluss beschäftigen wir uns noch einmal darüber, warum sich grundsätzlich gegen jeden Krieg eingesetzt werden muss. Ja, und dann beginnen wir doch erstmal mit dem Phänomen Krieg. Wie wir es heute machen, können wir einfach so ein bisschen uns anschauen, was für einen langen Weg eigentlich Kriege schon hinter sich haben. Denn, man muss eigentlich sagen, kriegerische Auseinandersetzungen gibt es so lange wie menschliche Gesellschaften. Es ist so, dass vor allem in der vorgeschichtlichen Zeit, wo wir primär eine Produktionsweise von Jäger und Sammlern haben und es eben noch keine Sesshaftwerdung gab, es primär sporadische Schamütze gibt. Natürlich ist generell einfach die Forschungslage dazu, sagen wir mal, etwas schwieriger als mit moderneren Zeiten. Aber es gibt verschiedene Indikatoren, die auch aufzeigen, dass es schon in einer vorgeschichtlichen Zeit Gewalt unter Menschen gab und teilweise auch organisierte Gewalt. Also, dass hier und da auch mal vorgeschichtliche Massengräber gefunden werden. Aber wo es wirklich relevant für die Geschichte des Kriegs wird, ist mit der Sesshaftwerdung des Menschen, beziehungsweise mit der Neolithischen Revolution, wo es eben einen Übergang von einer Jäger- und Sammlerproduktionsweise immer mehr hin zu einer sesshaft gewordenen Sklavengesellschaft gibt. Munition für die Primitivisten? Tatsächlich kann man das schon so sagen. Wobei, wie gesagt, diese Idee davon, dass es das eben bei Jäger und Sammler nicht gab, das ist ein Mythos, da werden wir auch gleich nochmal ein anderes Beispiel zu nennen. Aber, ja, an dem Punkt muss man zumindest einmal den Hut ziehen und sagen, ja, es stimmt mit der Sesshaftwerdung, haben kriegerische Auseinandersetzungen auf jeden Fall zugenommen. Wichtig ist dann auch der Übergang zur Bronzezeit, wo sich immer mehr richtige Stadtstaaten herausentwickeln und daraus dann auch eine viel größere Konzentration von Macht eben in diesen Stadtstaaten und damit auch eine viel bessere militärische Organisation. Damit dann auch, vor allem in Zeiten von Umweltkatastrophen, von Ernteausfällen, eine immer größere Konkurrenz um Ressourcen, um fruchtbares Land, aber auch, sehr wichtig, um Sklaven. Denn diese Gesellschaften waren auf Sklaverei aufgebaut, sie waren Sklavenhalterstaaten. Und dementsprechend war es natürlich auch wichtig, diese Sklaven einzufangen und im eigenen Reich dann als Arbeitskräfte einzusetzen. Dann haben wir noch eine andere technologische Weiterentwicklung, die antiken Schiffe und die bessere Fortbewegung auf dem Land. Diese ermöglichten dann auch erste Kolonien, was natürlich die Kriegstreiberei von einigen Stadtstaaten und den ersten großen Imperien dann auch in ferne Länder gebracht hat. Dann haben wir wieder einen großen Wandel in der Produktionsweise, nämlich mit dem Übergang zum Feudalismus, den wir ja vor allem mit dem Mittelalter in Verbindung bringen. Dort gab es dann viel weniger Sklavenraubzüge, die ja eigentlich so die frühen Kriege ja fast ausgemacht haben. Dann die Entwicklung hin zu Kolonialismus und einem Neuaufschwung der Sklaverei und damit dann auch die Entstehung von Nationalstaaten, diese Entwicklung hin zu immer mehr Kriegen zwischen immer größer werdenden Nationalstaaten. Ja, und damit kommen wir auch eigentlich dann heute in unserer jetzigen Zeit an. Wenn man sich die Geschichte der Gesellschaften anguckt, dann ist aber nicht jede produzierende Gesellschaft dafür bekannt geworden, dass sie einen Krieg nach dem anderen angesittelt hat, sondern es gab ja durchaus auch pazifistische Gesellschaften, auch nach der Sesshaftwerdung der Menschheit. Das heißt also, es gibt jetzt keinen unbedingten Kausalzusammenhang zwischen einer herrschaftlich ausgerichteten Gesellschaft, die nach innen hin über ein klares autoritäres System einfach funktioniert, zu, okay, diesen Gesellschaften müssen zwangsläufig danach bestrebt sein, im Krieg mit anderen Gesellschaften oder Nationen in dem Fall dann zu stehen. Ja, man kann da natürlich auch ein modernes Beispiel nennen, die auf jeden Fall Sesshaft sind. Das sind die Amische. Das ist eine Gruppe, die aus der protestantischen Reformation im deutschsprachigen Raum entstanden ist und dann aufgrund auch ihrer pazifistischen Ausrichtung, aufgrund ihrer protestantischen Theologie, und ich glaube, die gehören dann da noch zur anabaptistischen Theologie, das kann man jetzt nicht alles ausführen, die dann eben verfolgt wurden und dann vor allem eben in den neuen Kolonien Nordamerika, Südamerika gesiedelt haben und die man bis heute eben dafür kennt, dass sie in unterschiedlichen Abstufungen Technologie ablehnen, die aber auch eine grundsätzlich absolut pazifistische Ausrichtung haben und eben dann primär in ihren eigenen Communities bleiben und sich komplett jedem Militärdienst verweigern und deswegen auch danach noch stark politisch verfolgt wurden und auch immer wieder bis heute mit Staaten genau wegen diesem Punkt aneinander geraten. Ja, und auch innerhalb von Gesellschaften gibt es einfach starke Abstufungen, auch sehr stark eben bestimmt je nach Produktionsweise, wie relevant der jeweilige Krieg war. Aber was ich gerade ja auch schon einmal kurz angeschnitten hatte, auch Jäger- und Sammlergesellschaften können starke, meist ritualisierte Kriege erzeugen. Und da könnt ihr, wenn euch sowas interessiert, beispielsweise euch mal in die Yanomami oder die Ivaro im Amazonas einlesen. Zwei sehr, sehr kriegerische Gesellschaften, bei denen kriegerische Auseinandersetzungen 40 bis 60 Prozent jeweils der männlichen Tode ausmachen und die das auch traditionell selbst schon vor dem Kolonialismus betrieben haben. Natürlich, das muss man bei all diesen Jäger- und Sammlergesellschaften sagen, hat natürlich die Gewalt auch mit dem Kolonialismus zugenommen, aber das zeigt eben uns auch nochmal, auch Jäger- und Sammlergesellschaften sind zu sehr großen, teils fast ja für sie apokalyptischen kriegerischen Auseinandersetzungen fähig. Finde ich auch immer wieder wichtig dazu zu sagen, weil es ja durchaus auch eine Idealisierung gibt, dass man eben sagt, okay, die friedlichen, naturverbundenen, indigenen Stämme und Völker, die haben sich eben nicht gegenseitig auf die Köpfe gehauen, wenn man genau hinschaut, ist das dann doch meistens mehr eine Projektion als eine Realität. Wir wollen aber natürlich heute primär über die kriegerischen Auseinandersetzungen der heutigen Zeit sprechen, über was Krieg heute eben auszeichnet und da können wir überhaupt erstmal feststellen, es gibt nach wie vor Kriege auf der Welt, sowohl zwischen Nationen als auch zwischen politischen Organisationen, organisierte Kriminalität in einem kleineren Maße dann. Und wir sprechen natürlich jetzt speziell über die großen Kriege, die Auseinandersetzungen, wo mindestens ein Akteur ein Staat ist. Weil das ist auch eigentlich das, womit man den Krieg in seiner eigentlichen Definition auch verbindet und wo, wenn man darüber im Alltag spricht, auch alle sagen werden, dass sie das damit assoziieren. Dass es also zwei Staaten gegeneinander Krieg führen oder zum Beispiel ein Staat gegen eine Guerilla-Bewegung oder gegen eine kriminelle Organisation oder gegen die eigene Bevölkerung auf irgendwelchen Ebenen ins Felde zieht sozusagen. Und dem widmen wir uns also heute. Es gab dabei in den letzten Jahrzehnten eine eigentliche Entwicklung weg von dem, was man klassischerweise mit dem Krieg verbindet, dass zwei Staaten miteinander im Feld standen. Was es viel, viel häufiger gab, waren Bürgerkriege und eben die auch von mir gerade schon erwähnten, dann ja eher Konflikte zwischen einem Staat und einer bestimmten politischen Gruppe oder Bewegung. Aber mittlerweile kann man auf jeden Fall feststellen, dass das ein Trend ist, der, ich würde nicht sagen, dass er veraltet ist, aber dass es schon ein rückläufiger Trend ist. Also dass es wieder üblicher geworden ist, dass wir auch zwischen Staaten Kriege erleben. Und das hat, denke ich, sehr viel damit zu tun, was für eine gesellschaftliche Situation wir uns aktuell befinden. Da haben wir auch schon häufig mal darüber geredet oder das angeschnitten, dass wir uns einfach in so einer Art von Vorphase befinden zu sehr großen gesellschaftlichen Veränderungen. Allein schon auf Grundlage der knapper werdenden Ressourcen und der Konflikthaftigkeit dieser Zeit haben die verschiedenen Player auf der Welt, die verschiedenen imperialistischen Aggressoren einfach ein gesteigerteres Invasionsbedürfnis, um sich eben vor diesem großen Knall oder dieser sehr starken Zuspitzung der Ressourcenknappheit noch ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu sichern. Das ist sicherlich nicht nur der einzige Grund, aber es ist ein sehr, sehr zentraler Grund, den wir hier beobachten können. Und das verändert einfach die Situation ungemein. Und das rückt auch den konventionelleren Krieg zwischen zwei Staaten in einen stärkeren Fokus wieder. Und das können wir ja sowohl in der Ukraine betrachten oder in Armenien sowie in Zentralasien. Ja, und genau deswegen ist natürlich für uns auch zu sagen, Krieg hängt für uns zwangsläufig eben mit staatlicher Ordnung, wie wir sie jetzt vorfinden, zusammen. Aber bevor wir jetzt übergehen zu warum Krieg, gibt es bestimmt auch einige von euch, die schon im Kopf haben, Nun ja, aber es gibt ja jetzt auch diese ganzen Staaten, die genau das nicht machen. Also Staat und Krieg, das muss ja nicht zusammenhängen. Und wir werden auch diese Argumentationslinie gleich uns weiter anschauen, wenn wir zu den anderen beiden Punkten übergehen. Wir haben es ja auch selber schon angeschnitten. Wir haben es schon selber angeschnitten. Dass Herrschaft nicht zwingend bedeutet gleich kriegerische Auseinandersetzung. Genau. Aber genau deswegen wollen wir auch noch mal auf diese Beispiele von Staaten eben eingehen. Und da haben wir zum einen immer gerne genannt Kostarika. Das ist ja ein Staat, der jetzt selber über kein Militär verfügt. Ähnlich wie Island, einige Zwergstaaten, primär in Europa. Und Turkmenistan, was über ein Militär verfügt, aber eine grundsätzlich pazifistische Außenpolitik verfolgt und sagt, dass es sich nicht selber in andere Staaten Konflikte einmischt oder halt aktiv sagt, ich bin immer der Akteur, der sich jetzt hier hinsetzt, um alle an den runden Tisch zu bringen. Nebenbei an dieser Stelle, wenn Turkmenistan hier fällt, bitte schaut euch einfach mal ein bisschen was an. Lest euch einfach mal die Wikipedia-Seite zu diesem Staat durch. Guckt euch mal an, was der Präsident von Turkmenistan so macht. Es ist ein großes Fest. Es übertrifft jede Form von Satire, die ihr euch selber erdenken könnt, wie man das so oft sagt, wo dann die Realität, die Absurdität, die man sich selber ausdenken kann, überholt. Das Spannende, finde ich, an diesen Beispielen ist aber, dass sehr deutlich daran wird, es sind sehr, sehr kleine Länder. Also Länder, die sich auch wirklich raushalten können, weil sie sehr marginal sind von auch ihrer Bedeutung in vielerlei Hinsicht. Und vor allen Dingen, und das finde ich am zentralsten, stehen sie unter dem Verteidigungsbündnis oder der Schutzherrschaft einer imperialistischen Großmacht, wie zum Beispiel Costa Rica, die USA. Ich denke, das kann sich sonst auch kein Staat wirklich erlauben, kein Militär aufzustellen oder da gar nicht mitzuspielen in dieser Hinsicht. Wenn nicht klar wäre, okay, wenn wir angegriffen werden, dann doch, oder wenn dann doch irgendwer probiert, was zu machen, dann steht zur Not der große imperialistische Staat, wie bei Costa Rica eben die USA, Gewehr bei Fuß. Das ist einfach die Realität innerhalb von einer Welt, die in Staaten konstruiert ist. Und deswegen vielleicht auch noch mal das so ein bisschen einschränken, was wir vorhin gesagt haben. Dieses, okay, Herrschaft bedeutet nicht gleich. Krieg ist schon sehr in Klammern gesetzt, weil einfach das ja nur in konkreten Ausnahmefällen überhaupt funktioniert in sehr begrenzten Maße. Ja, und eben sehr begrenzt, je nachdem, wie diese Staaten dann produzieren und was für Interessen sie dort verteidigen müssen. Und genau damit wollen wir dann übergehen zu Warum denn eigentlich Krieg? Und hier wollen wir uns zuerst anschauen, was es denn da eigentlich für unterschiedliche gängige Erklärungen dazu gibt und was an denen jeweils dran ist. Denn so viel kann man schon mal sagen, so viel wir nicht von denen als allgemeine Erklärung halten, so gibt es doch immer wieder auch Punkte, die man davon aufnehmen kann und wo man sagen kann, hier lässt sich ein gewisses kleines Argument auf jeden Fall machen. Ja, klar, an vielen Erklärungen ist vielleicht auch was dran, aber ich finde trotzdem direkt wichtig dazu zu sagen und von Anfang an festzustellen, die allermeisten Erklärungen, was der Hintergrund jetzt von einem Krieg ist, kommt dann ja in der Regel von der anderen Seite, der anderen Kriegspartei, die eigentlich probiert propagandistisch zu erklären, warum jetzt die andere Seite so böse ist. Und das ist ja ein ganz, ganz charakteristisches Muster, ja, um halt eine Legitimation für den eigenen Krieg in der Bevölkerung zu schaffen oder die Beteiligung in einem Krieg zu schaffen, ist ja eigentlich darzustellen, wie böse und dass der andere Schuld hat und dass der andere irgendeine Form von Bestie und so weiter ist. Und das ist ja auch eine Sache, die da direkt genannt wird. Also, um dabei direkt einzusteigen, die Achse des Bösen. Also einfach tatsächlich das Böse ist ein ganz zentraler, und ich würde da an der Stelle schon meistens auch propagandistisch benutzte Terminus, wo man eben sagt, wir sind die Guten und wir kämpfen gegen das Böse. Also ich verbinde das immer sehr stark mit dem Ersten Weltkrieg, weil dort ja die Welt noch nicht so globalisiert war und es eben der große Erste Bruderkrieg war, der weltweite Bruderkrieg war, wo es auch so eine ganz krasse Karikatur dann von der anderen Seite immer gab, als wie dann die Deutschen dargestellt wurden oder die Franzosen oder so, als Monster, die einfach nur blutrünstig sich ernähren von dem Blut jetzt der Deutschen oder der Franzosen dann, je nach Sichtweise. Und auch, dass sich der Strack immer so geglichen hat, wie da ganz viele Sichtweisen auf der anderen Seite der Karte waren. Da konnte man das dann nicht so gut entlarven oder gut feststellen, weil natürlich auch damals die Zustände eine andere waren, die Leute viel weiter voneinander distanziert waren und auch kein Internet gehabt und so weiter und so fort. Aber auch heute gibt es das natürlich. Die Achse des Bösen ist ja dann an tatsächlich einen Terminus, der von den USA benutzt wurde im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folge reinhören zum Thema Terrorismus. Da sind wir auch nochmal intensiver auf diese Frage eingegangen. Also das heißt, das ist schon etwas, was sich bis heute durchzieht. Genauso wie jetzt auch in der Konfrontation mit Russland, dass natürlich dort auch Russland als das ultimative Böse gezeichnet wird. Und genau da kann man ja auch ansetzen und im Endeffekt ergänzen, was du am Anfang gesagt hast. Das ist natürlich auch immer bei der Frage, warum Krieg, dann eben eine Erklärung von der anderen Seite, die dann da drauf schaut und sagt, das ist das ultimative Böse da. Aber es ist natürlich auch immer eine Erzählung über einen selber als das ultimative Gute. Ja. Und sich dort dann auch selber sehr spannende Erklärungen für den Kriegseinsatz zu geben. Ähnlich, was wir ja auch an dem Beispiel Russland genau jetzt sehen können, wo Russland von außen dann als das ultimative Böse dargestellt wird und der letzte große autoritäre Staat neben China, aber gleichzeitig Russland auch selber Erzählungen in der Bevölkerung verbreitet von einer Entnazifizierung der Ukraine, in der es gerade einen aktiven Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung gibt. Ja, und wenn man sich das dann eben anguckt, wenn wir jetzt zum Beispiel beim kampflichen Terrorismus oder gegen Russland das sehen, dann ist ja, wie du es auch schon angeschrieben hast, da ist ja auch was dran. Natürlich ist Putin so gesehen böse. Natürlich sind irgendwo die Taliban auch böse. Also böse ist im Sinne von, okay, es ist eine Diktatur, okay, es sind Islamisten und so. Aber trotzdem ist es natürlich auch scheinheilig, weil offensichtlich hat man über Jahrzehnte mit diesem Bösen zusammengearbeitet, mit ihm kooperiert und das günstige Gas genossen. Und jetzt ist es halt nochmal eine andere Situation geworden. Genauso wie das mit den Taliban ja auch Phasen gab, wo dann die USA entsprechend kollaboriert haben mit den Taliban. Ich denke, wir können sagen, dass jemand ist einfach nur böse, keine ausreichende Erklärung ist, warum es jetzt dort Krieg gibt. Ja. Aber davon können wir eigentlich auch übergehen zu einer viel gängigeren und vor allem jetzt sehr relevanten Erklärung, nämlich, dass der jeweilige Staat ein sogenannter Kriegstreiber ist. Dass es sich dort dann eben um eine Diktatur handelt, um ein Woke State, um einen größenwahnsinnigen, meistens als Napoleon gezeichneten Mann gibt, der einfach aufgrund seines persönlichen Egos oder seiner jeweiligen nationalistischen Ideologie dazu getrieben wird, jetzt diese Kriege anzufangen und einfach, um es mal ganz modern zu sagen, ein imperialistisches Mindset und einfach so einen größenwahren Vibe hat. Im Prinzip so ähnlich wie der erste Punkt. Es ist auch wieder was dran. Also sicherlich... Deutlich mehr, meiner Meinung nach, als in dem ersten Punkt. Sie sind einfach böse. Ja. Also sicherlich sind diese Leute wie Putin oder Erdogan oder sonst welche Gestalten, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten an der Macht sind, an der Spitze auch von sehr autoritär geprägten Staaten und imperialistischen Playern sind natürlich extrem autoritäre Charaktere, sind natürlich Menschen, die durch und durch imperialistisch denken und die ein ganz klares Ziel für ihre Nation haben, das große Reich, das es ja dann irgendwann mal in der Geschichte bei jedem dieser Staaten irgendwo mal gegeben hat, wieder herzustellen. Absolut, da ist sicherlich was dran, aber trotzdem ist das nicht die Essenz dessen, was da passiert, weil der Grund, warum jetzt eine Nation losmarschiert, in ein anderes Land einfällt oder sich an irgendwelchen bürgerkitzähnlichen Auseinandersetzungen beteiligt, ist dann vielleicht diese Großmachsbestrebung steht irgendwo im Hintergrund, ist irgendwo auch da, aber es ist ja nicht diese individuelle Entscheidung dieser einen wahnsinnigen Person, sondern das ist ja eine Strategie, die dieser Staat als imperialistische Nation oder als Nation, die auch ein großer imperialistischer Player werden möchte einmal, für sich wählen muss oder wählt, um eben einen Standortvorteil in der Konkurrenz zu erreichen und das sind halt eigentlich die eigentlichen Faktoren und das sind ja auch viele verschiedene Menschen in so einem Staatsgebilde, selbst in einer Diktatur oder einem sehr autoritär geführten Staat, die eine solche Entscheidung dann letztendlich treffen. Das ist ja nicht nur eine Person, die irgendwie sagt, so jetzt zieh ich da einfach mal rein, weil die ja mich irgendwie auf Twitter beleidigt oder so. Ja eben, er ist im Endeffekt die menschliche Maske, die dieser Logik aufgesetzt wird und natürlich hat er einen gewissen Spielraum, um in dieser Logik zu wirken und kann dann je nach Bedarf dann unterschiedliche Ziele favorisieren, kann verschiedene Ideologiefragmente mehr oder weniger reinnehmen, je nachdem dann auch so ein Kriegseinsatz sich ändern kann. Aber natürlich, das, was dem zugrunde liegt, ist diese Logik der Konkurrenz zwischen den Staaten und das bedeutet am Ende des Tages dann auch diese Ziele, worauf er im Endeffekt nur aufsetzen kann. Deswegen fällt das Ganze natürlich auch in das, was wir ja schon häufig, wenn wir uns eben eine Betrachtung von Geschichte hier in dem Podcast angeguckt haben, dieses klassische Muster von der Geschichte einfach nur von großen Männern. Wird halt von großen Männern mit großen Ideen geleitet und je nachdem, in was für einem emotionalen Zustand diese sich dann gerade befinden, was für Bücher sie gerade primär gelesen haben, danach werden dann eben die Geschicke der Geschichte geleitet und ja, schade, hätte es jetzt nur einfach einen besseren Herrscher da an der Macht von dem Staat gegeben, dann hätten wir die ganze Suppe jetzt nicht auslöffeln müssen. Und um noch einen abschließenden Punkt in die Diskussion einzuführen, ist, dass es also eine männliche Angewohnheit sei, jetzt Krieg zu führen und dass es also eine patriarchale Ausprägung ist, die dann eben von den großen Männern an der Geschichte, wie du es auch schon gerade beschrieben hast, ausgeführt wird. Ich finde auch, genauso wie bei allen anderen Punkten auch, ist natürlich auch da etwas dran. Natürlich ist das Patriarchat, welches in dieser Welt dominiert, ein Ausdruck der Gewalt und männliche Dominanz äußert sich natürlich auch in der Unterdrückung anderer und offensichtlich ist es auch so, dass es eine starke Dominanz innerhalb dieser auch sehr autoritär geprägten Staaten von männlichen Führungspersonen gibt. Das hat ja auch schon einen Zusammenhang mit dieser Struktur. Aber ich würde eben schon sehr stark in Frage stellen, ob das jetzt der eigentliche Grund dafür ist, weil ich kann mir jetzt halt das genauso gut vorstellen, Kriegseinsätze von einem Staat, der von einer Frau geführt wird. Da glaube ich nicht, dass es da einen quantitativen Unterschied geben würde oder so. Ja, ich wollte auch schon fast reingrätschen und sagen, dass sich Margaret Thatcher gerade nicht sonderlich repräsentiert gefühlt hat von deinen Ausführungen. Ich habe auch ihren Namen im Kopf gehabt gerade, hatte kurz überlegt, ob ich es noch sage. Sie ist natürlich die klassische Person, die dann immer ins Feld gezogen wird. Ich meine, es liegt ja auch einfach daran, dass es im Vergleich, wenn man sich die Geschichte anguckt, einfach super wenig Frauen gab, die an der Spitze von entsprechenden Staaten standen und dass wir deswegen einfach auch jetzt nicht eine riesige Palette an Beispielen haben. Aber offensichtlich kann das halt nicht der primäre Grund sein. Ja eben, wir können es ja auch wieder eigentlich auf unseren vorherigen Punkt zurückführen und natürlich ist an diesen ganzen Sachen irgendwo was dran und vor allem, glaube ich, für eine gesellschaftliche Erklärung von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Gewalttätigkeit in der Gesellschaft ist eben eine feministische Betrachtungsweise extrem wichtig, aber gerade, wenn wir eben auf die großen Figuren gucken, dann wäre das ein ähnliches Argument und es wird tatsächlich gemacht, dieses Argument, wie jetzt eben bei Managern, die dann einfach durch Girlbosser ausgetauscht werden müssen und dann auf einmal ist die Zukunft pink. Und da sind wir auch in so einer sehr naturalistischen Betrachtungsweise von Geschlechterverhältnissen an der Stelle, wo man dann eben sagt, ja eine Frau, die ist doch sehr, die ist doch weich, die kann doch mehr über sowas nachdenken, die ist doch halt gefühlsbetont, die kann sich dann vielleicht mehr hineinversetzen in die Opfer dieses Krieges oder solchen Schwachsinn und offensichtlich geht es ja in solchen Auseinandersetzungen überhaupt nicht um solche Fragen, das spielt ja gar keine Rolle. Eine Frau ist eben auch nur ein Produkt ihrer Produktionsweise. Aber gehen wir über zu einem anderen Punkt, der ja viel beliebter auch von linker Seite ist und an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, wo ich damals so irgendwie zwischen 2008 und 2012 so die ersten Fühler in Richtung Politik ausgesteckte und auf einmal liest man ganz viele Theorien darüber, dass Kriege primär durch Waffenlieferungen erzeugt werden. Auch hier wie immer etwas dran, also wenn wir halt uns anschauen, wenn Länder eben vollgepumpt werden mit Waffen, wenn es also für bestimmte Strukturen auch innerhalb eines Staates zum Beispiel, Mafiöse Strukturen oder auch paramilitärische Strukturen sehr einfach ist, an Waffen zu kommen, diese im größten Maße zu bestellen, speziell wenn wir über Kleinwaffen reden. Gerade im Kontext von Bürgerkriegsähnlichen Situationen kann es zu einer massiven Verschärfung solcher Momente führen. Ich denke, es ist immer in irgendeiner Form möglich, an Waffen zu kommen in unserer heutigen Zeit. Das ist einfach so. Also du wirst halt immer einen Weg finden. Es ist dann eher eine Frage von wie hoch ist der Preis des Ganzen. Da kannst du natürlich auch was ausrichten, dass eben bestimmte Staaten dann vielleicht keine Waffen liefern oder prinzipiell das halt regulieren oder so. Und dann sind in entsprechenden Bürgerkriegssituationen einfach weniger Waffen unterwegs und das kann dann die Folgen von solchen Szenarien dann reduzieren. Aber es gab auch Bürgerkriegsszenarien in Afrika, wo die Leute einfach nur mit Macheten sich kaputtgeschlagen haben und unter immensen Opferzahlen. In welchem Land war das nochmal? Ja, ich glaube, das ist ja auch immer ein Beispiel, was da genannt wird, was du jetzt ansprichst, der interethnische Konflikt zwischen den Hutu und den Tutsi, primär in Ruanda, wo das dann eben der Fall war. Aber ich meine, darüber hinaus muss man natürlich auch noch ansprechen, dass es auch stimmt, dass natürlich die große Rüstungsindustrie in den jeweiligen Staaten über Lobbyismus, über Finanzierung und Unterstützung von Politikern einfach durch ihr gesamtes Gewicht, einfach aufgrund ihrer Kapitalerträge im politischen Spielfeld natürlich Kandidaten unterstützt, die Waffenlieferungen genehmigen und die auch eher eine Aufrüstungspolitik betreiben und wie wir alle wissen, eine Aufrüstungspolitik bedeutet natürlich auch, dass sich das wieder finanziell irgendwie rentieren muss und dass das eingesetzt wird und das feuert natürlich auch international Krieg an und da kann man auch sagen, dieses Argument, das schießt jetzt nicht einfach komplett ins Blaue hinein und an diesem ganzen Punkt von der großen Rüstungsindustrie, die den Krieg befeuern will, ist natürlich was dran, weil am Ende des Tages stimmt es, sie verkaufen eben ein Produkt, was primär im Krieg verwendet wird, sie wollen mehr Absatz, eben drum unterstützen sie Kandidaten, die genau, oder politische Parteien, die genau das auch vertreten. Das ist letztendlich eine ganz einfache Logik dieses kapitalistischen Systems, das ist ein großer Player, der auch eine große Machtstellung hat, der ja nicht irgendwie so eine kleine Mini-Industrie ist, sondern eine wirklich sehr bedeutsame Industrie ist und wenn dann jetzt eben so ein Krieg wie in der Ukraine ist, dann sieht man das auch ganz konkret an den Gewinnmargen, die diese Konzerne erzielen. Es ist ja das widerliche auch an diesen Konzernen, dass sie wirklich ganz direkt, wie jetzt zum Beispiel ein Glücksspielanbieter eben auch davon profitiert, dass er Süchtige hat, nur dadurch Profit erwirtschaften kann, dass es Süchtige gibt, die halt ihr Leben in diese Automaten werfen. Genauso lebt der Rüstungsfabrikant, vielleicht etwas abstrakterer Form nochmal, aber lebt eben von kriegerischen Auseinandersetzungen und dass Menschen sterben und somit entspricht es natürlich auch sehr stark der Logik dieses Systems, dass das ein Antrieb für Krieg auch sein kann. Ja, und das Ganze ist ja auch ein Argument, was immer sehr gerne bezüglich den Vereinigten Staaten gemacht wird und damit gehen wir auch zu einem anderen Argument über, was eigentlich maßgeschneidert auf die Vereinigten Staaten von Amerika ist und das ist der Krieg wegen Öl. Das ist ja ein Argument, was vor allem nach dem Irakkrieg an große Popularität gewonnen hat und wo man eigentlich auch wieder, wie bei den anderen Punkten sagen kann, ja, natürlich ist da was dran, dass die Vereinigten Staaten schon immer dafür gesorgt haben, dass sie eben selber einen guten Zugang zu vor allem Erdöl als Ressource haben, dass sie gleichzeitig aber auch andere Staaten, die ihrer Ölwirtschaft eine Konkurrenz sind oder die ihrer Ordnung von eben Erdölwirtschaft weltweit gebunden an den US-Dollar widersprechen, kriegerisch dann den Garaus machen wollen. Nicht nur das, es gibt ja auch nicht nur diesen krassen Beispiel mit Öl, sondern es wurden ja auch in Lateinamerika von den USA schon ganze Kriege angezettelt wegen Bananen-Lobby, wo dann Cochita war das glaube ich, heißen die so, dieser Konzern? Chiquita. Chiquita, boah ja, genau. Wo da eben entsprechend gegen die Lobby von Cochita in Lateinamerika vorgegangen wurde, hat der CIA schon ganze Kriege letztendlich dafür nur angezettelt, da die Lobby zu behalten, um weiter dort gute Anbaubedingungen für die eigene Bananenproduktion zu haben. Also es geht auch viel geringfügiger schon. Insofern würde ich schon sagen, das ist ein Punkt, da ist ziemlich viel dran. Das ist eigentlich für mich auch zusammen mit dem Punkt der Rüstungsindustrie so der valideste Punkt bisher, wo ich auch am meisten drin sehen würde. Bei all diesen Punkten ist ja auch sowieso klar, es ist nie nur dieser eine Punkt. Es gibt diese begrenzten Beispiel, wie was ich gerade genannt habe, da ist es relativ real, dass es nur dieser eine Punkt ist, aber es ist immer eigentlich eine Fülle an Gründen. Es ist jetzt selten, dass nur eine Sache alleine kommt, sondern es sind natürlich auch Verhältnisse, die ineinander wirken. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, so allgemein. Ja, ich meine, bei dem ganzen Punkt kann man ja auch nochmal betonen, dass Öl natürlich der zentrale Rohstoff der modernen Welt ist und ohne Öl als Grundstoff diese ganzen Industriestaaten und vor allem die imperialistischen Mächte einfach ihre wirtschaftliche Macht nicht mehr bestreiten können. Öl lässt diese Welt weiter produzieren und hält sie halt am Laufen. Und genau deswegen ist es den Staaten ja auch so ein großes Anliegen, für sich selber einen möglichst guten Zugang zum Öl zu gewährleisten und wenn sie selber produzieren, das auf dem Weltmarkt so rauskacken zu können, wie sie es eben selber mögen. Und das schließt ja auch dieser ganze Punkt nochmal gut an an das, was ich auch zu Beginn gesagt habe. Es gibt diese Zuspitzung, diese Verteilungskämpfe um die verschiedenen Ressourcen und es wird ja schon lange prognostiziert, Kriege um Wasser gibt es in begrenzter Form, gibt es ja auch schon Konflikte jetzt schon um Wasser und das sind also auch Sachen, natürlich können auch andere Ressourcen, nicht nur Öl, sondern auch zum Beispiel Wasser, die dann knapper werden oder selten erden und so weiter, ja auch Kriegsgründe sein und das werden wir auch in Zukunft erleben und ich würde auch zum Beispiel für die Ukraine, da haben wir auch drüber gesprochen in unseren Folgen über den Ukraine-Krieg und über unsere Folgen zum Imperialismus von Russland, dass diese große Kornkammer Ukraine, die große Nahrungsmittelproduktion dort sicherlich auch ein Aspekt ist, wo dann Russland sagt, gut, das ist doch auch spannend für uns, wenn wir es schaffen, dort also Produktionsflächen für unser russisches Volk zu gewinnen. Ja, und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Punkt, der auf den ersten Blick etwas obskur wirken mag, der aber tatsächlich auch immer wieder angeführt wird zur Erklärung von Kriegen und das ist Krieg wegen zu viel Bevölkerung. Da wird auch gerne der englische Terminus mit der Youth Bulge verwendet, also zu viele junge Männer und dann eben die gesellschaftliche Frage, wohin denn eigentlich mit denen? Das habe ich aber echt selten gehört. Also ich würde schon sagen, dass es von den Argumentationen, die wir bisher gehört haben, schon so die abschüssigste ist. Ja, deswegen sage ich ja auch obskur und da wird dann eben gesagt, nun gut, da gibt es mehr gesellschaftliche Konflikte, vor allem junge Männer sorgen eben für ein erhöhtes Gewaltpotenzial in der Gesellschaft und ich denke, das sind auch alles so Punkte, die wir vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, aber ich würde halt sagen, da ist dahingehend was dran, dass natürlich Demografie für Militär und gerade eben Demografie von jungen Männern eine große Rolle für eine Gesellschaft spielt, wenn es eben um Krieg geht, weil ein Land, was sehr viele junge Männer hat, die arbeitslos sind, die es nicht in der Produktion braucht, so harisch das jetzt klingt, ist er dazu bereit, diese dann eben in einem Krieg zu verfeuern und diese Verluste hinzunehmen, weil man sie halt nicht braucht. Andererseits ein spannender Aspekt auch von dem Ukraine-Krieg, der häufig nicht so viel Betrachtung findet, ist das große Problem von Russlands Demografie und der schrumpfenden Bevölkerung ohne Zuwanderung und eine starke Abnahme von jungen Männern im wehrfähigen Alter, weswegen auch angenommen wird, dass Russland eher dazu bereit war, jetzt diesen Krieg auszuführen, weil die demografische Uhr bezüglich Russland einfach tickt und die wehrfähige Bevölkerung abnimmt. Gut, ich sehe schon, dass das jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber ich würde schon sagen, dass sowohl, also in dem Fall auch für Russland, das ein bisschen nach hinten losgeht, weil wir teilweise eine Massenauswanderung aus Russland erleben, gerade von jungen wehrfähigen Männern, die halt einfach keinen Bock darauf haben, Krieg zu führen und auf der anderen Seite, wenn wir uns das jetzt auch mal außerhalb dessen anschauen, dann kann ja ein Staat, der zu viele Männer in entsprechendem Alter hat und jetzt nicht mehr alle in Lohn und Brot schicken kann, da haben wir doch sehr, sehr viele Staaten, wo wir das erleben und dort sind diese Leute einfach dabei dann halt auszureisen, sie arbeiten in anderen Staaten und stellen dann so auch wieder was für das Bruttoinlandsprodukt letztendlich dieses Staates bei, weil sie entsprechend Geld nach Hause schicken. Da haben wir diverse Staaten, wo das ein nennenswerter Effekt ist, wo die Wirtschaft im eigenen Land sehr schwach ist und die dann, wie jetzt zum Beispiel in Rumänien, ich weiß nicht, wie viel Prozent das in Rumänien sind, aber es sind halt horrende Prozent. Ich habe meine Arbeit über Moldawien da mitgeschrieben, wo man dann, glaube ich, in die Richtung von 20 Prozent oder so geht oder andere Staaten wie Eritrea, wo es dann eher in Richtung der Hälfte des BIP gibt. Das ist natürlich eine Verwendungsmöglichkeit für dann diese jungen Männer und wie immer sind das hier komplett vereinfachte Erklärungsmuster natürlich und hier vielleicht nochmal deutlich absurder bei den anderen Punkten. Aber nichtsdestotrotz ist das sicherlich was bezüglich dem Faktor Demografie, was man auch daraus ziehen kann und wo man sagen kann, ja, irgendwo habt ihr damit recht, aber ihr vereinfacht immer. Und genau deswegen wollen wir jetzt auch eigentlich auf den Ursprung der Frage zurückgehen und uns die Frage stellen, ja, aber warum denn jetzt wirklich? Ihr habt uns jetzt so viele Minuten darüber reden hören, wo wir denken, da kann man vielleicht ein bisschen was rausziehen, aber das ist nicht wirklich die Erklärung. Aber in diesen ganzen Punkten, denke ich, ist schon gut rausgekommen, was wir denken, was eben der Grund für Krieg ist und im Endeffekt haben wir es auch schon in der Einleitung gesagt, es ist der Konflikt zwischen den jeweiligen Staaten, ihren Bündnissen und damit verbunden ihren jeweiligen Interessen, die aufeinandertreffen. Ja, das muss man auch wirklich so sehen, weil auch die ganzen Auseinandersetzungen, wo es jetzt eher bürgerkriegsähnliche Zustände sind oder Auseinandersetzungen zwischen einem Staat und einem anderen Akteur, wo nicht ein zweiter Staat im Spiel ist, auch die sind ja immer massiv davon geprägt, von den imperialistischen Interessen großer Mächte, die halt da gegeneinander konkurrieren. Das ist dann auch nicht der einzigste Grund, aber das muss man halt schon dazu sagen, wenn wir uns einfach mal in die arabische Welt halt gucken, was da in Syrien passiert, was für abstruse Bündnisse da auf beiden Seiten, was da für Stellvertreterkriege letztendlich geführt werden, das ist schon Wahnsinn und das ist auch wirklich, würde ich sagen, von der modernen Ausprägung der Kriege her die ganz zentrale Form. Das schließt ja auch nicht aus, dass es innerhalb von Staaten widerstrebende Interessen geben kann, die dann eben zu einem Bürgerkrieg führen. Aber wie du es schon gesagt hast, kein Konflikt auf dieser Welt, egal wie unbedeutend, wird nicht von den Staaten um ihn herum, von den Regionalmächten oder dann eben von den großen imperialistischen Mächten mit irgendeiner Beachtung beschenkt. Ja, und da kann man auch direkt sagen, wenn das wirklich das ist, was eben dem Krieg zugrunde liegt, dann sind die jeweiligen speziellen Gründe davon ausgehend genauso unterschiedlich wie das Alltagsgeschäft des Staates. Das kann dadurch dann auch eine ganze Reihe an Gründen erzeugen, warum ein Staat sich in Bürgerkrieg einmischt oder gegen einen anderen Staat dann eben ins Feld zieht. Ja, da sind zum einen militärisch-strategische Gründe. Ich denke, es ist ja sehr bekannt, dass speziell die großen imperialistischen Kräfte auf der ganzen Welt ihre Militärbasen haben, ihre Abwehr- beziehungsweise Angriffssysteme haben, um möglichst jeden Fleck dieser Erde mit ihren Raketen und Kampfsystemen erreichen zu können. Und dort spielt es natürlich oftmals auch eine große Rolle, dass dann dieser Fleck der Erde hart umkämpft ist, weil er einfach eine strategisch gute Ausgangslage, zum Beispiel irgendeine Insel oder so, die dann von drei Staaten beansprucht wird, weil sie nun mal im Vorderland dieses jeweiligen wirtschaftlich verfeindeten Staates, mit dem man in der Konkurrenz steht, ist, wo man dann da gerne ein Raketensystem drauf bauen möchte, um dann wahlweise entweder besser geschützt oder wahlweise in einer besseren Angriffsposition gegen diesen anderen Konkurrenten zu sein. Also es ist ja auch oftmals viel Geschacher, aber dieses Geschacher kann natürlich auch entsprechendes auslösen. Also das ist ja immer die Gefahr. Es ist selten passiert in den letzten Jahrzehnten, aber immer die Gefahr ist ja trotzdem auch da, dass dann selbst in diesem Geschacher dann auch so mal, joa, mal irgendwo ein Flieger abgeschossen wird oder mal irgendwo auf dem Verhandlungstisch das Ganze dann eskaliert und dann das größere Folgen hat. Grob gesagt, es geht darum, Pufferzonen zu schaffen, der jeweiligen Staaten, nicht nur vor den eigenen Grenzen, sondern auch im Kontext der Konflikte, die man halt auch außer Landes führt. Dann geht es um das Thema Land. Da haben wir ja gerade auch schon angeschnitten mit der Ukraine für Russland, aber Land ist eine ganz entscheidende Frage geworden, gerade im Kontext davon, dass sehr viele Menschen auf der Welt nun mal leben, wir ganz viele Flächen haben, die mittlerweile versiegelt sind, wo man noch schwer anbauen kann, wo der Boden einfach kaputt ist, also es fehlt einfach immer mehr an Landwirtschaft und zwar an Flächen und dort kann man natürlich auch, wenn man da einiges für sich ergattert, die Ernährungssicherheit der eigenen Bevölkerung garantieren. Ja und das ist natürlich gerade ein Faktor, der dann auch für kleinere Staaten, die noch ein viel größeres Problem mit Überbevölkerung haben und wenig Land noch eine viel größere Rolle eben spielt. Da ist dann der Nahostkonflikt eigentlich ein grandioses Beispiel, wo wir dann den israelischen Staat sehen, der sich Land für Landwirtschaft und für Bebauung mit Wohneinheiten dann im Westjordanland sichert oder man könnte fast sagen sichern muss, um eben seiner Logik nach dann die Bevölkerung da am Kacken zu halten und davon ausgehend kann man dann auch auf den nächsten Punkt übergehen, den der Infrastruktur, der auch eng damit zusammenhängt. Das ist ja auch etwas, was wir verstärkt jetzt im russisch-ukrainischen Krieg sehen, was aber auch vorher schon immer eine große Rolle gespielt hat für Russland und seine Kriegseinsätze, nämlich der Seezugang. Genau, das wäre ein wirklich fabelhaftes Beispiel für die Frage der Infrastruktur, um die es von dem Staat geht, weil klar, die Ukraine hat eine enorme Produktion an Getreide, aber das ist ja ein großes Thema in den Medien, wie du es schon gesagt hast, jetzt auch immer gewesen, dass die Ukraine nicht mehr ausführen kann, weil es gibt halt nur diesen einen Hafen, der noch in Besitz der Ukraine ist, wo der eben vermint, blockiert ist und eben immer die Gefahr besteht, dass Russland diese Schiffe dann irgendwie doch versenkt oder ähnliches oder dann andersrum die ukrainische Armee diese Situation ausnutzt, um von da aus dann irgendwelche Kriegseinsätze zu machen. Da war ja jetzt auch dann die Sache im Gespräch, ob dann dieser Waffenstillstand, der in dieser Zone, in diesem Hafen gesetzt wurde, dazu benutzt wurde, um dann diese russische Brücke da zu sprengen und so. Also man sieht da dran, ein Land kann dadurch sehr, sehr stark eingeschränkt oder sogar zugrunde gehen, wenn dann die entsprechende Infrastruktur nicht mehr da ist, wie jetzt im Fall der Ukraine, weil was bringt halt dieses ganze Getreide, wenn es nicht mehr exportiert werden kann in die Welt. Und das erzeugt natürlich eine enorme Drucksituation, sowohl für die Ukraine als auch für alle Beteiligten auf der anderen Seite, die da gegen Russland letztendlich ins Feld ziehen. Und für Russland ist es halt natürlich sehr wichtig, gerade diese Infrastruktur für sich zu erobern. Und das haben sie auch schon im Vorfeld mit der Krim zum Beispiel auch getan. So kann man da diverseste Beispiele finden. Ja, und damit kommen wir noch zu einem ganz, ganz zentralen Grund, der gerade in der frühen Imperialismus-Theorie und generell sozialistischen Betrachtungsweise von Krieg eine sehr große Rolle gespielt hat, nämlich der Zugang zu fremden Märkten. Und das bedeutet zum einen der Zugang zu fremden Märkten, um die eigenen Produkte dort absetzen zu können, aber auch gleichzeitig der Zugang zu fremden Märkten, um dort billig produzieren zu lassen. Das ist ja gerade etwas, was wir im Kalten Krieg sehr viel gesehen haben, was ja großüberspannt immer betrachtet wird als diese Konfrontation zwischen den zwei großen ideologischen Blöcken. Und das stimmt natürlich auch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Vereinigten Staaten und die anderen westlichen Staaten natürlich mit jedem Staat, der eine sozialistische Wirtschaft eingeführt hat, Zugang zu den lokalen Märkten verloren hat. Das heißt, ganz viel von der Überproduktion, die in diesen Staaten dann existiert hat, konnte dort nicht abgesetzt werden. Millionen, Abermillionen von billigen Arbeitskräften konnten nicht freigesetzt werden für die eigene kapitalistische Produktion. Gerade in Staaten, in denen dann eine bestimmte Produktion besonders gut funktioniert, aufgrund den geografischen oder sozialen Faktoren, ist es natürlich ein riesiges Interesse der Staaten, die dann daran auch ein kapitalistisches Interesse haben, das dann dort freizusetzen. Da sind wirklich die Beispiele endlos, aber um ein gutes klassisches Beispiel dafür sich anzuschauen, können ja wirklich alle, die das nochmal besonders interessiert, sich ein bisschen in die Opiumkriege einlesen, die das britische Kolonialreich dann gegen das chinesische Kaiserreich geführt haben, um dort den chinesischen Staat dazu zu zwingen, das Opium von Großbritannien anzunehmen, was denen verkauft wurde, weil man so die eigene Staatskasse aufbessern wollte und die negative Handelsbilanz mit China wieder positiv machen wollte, weil man so sehr auf die ganzen geilen Sachen aus China stand, aber keinen Bock hatte, die Staatskasse dafür zu leeren. Ich liebe, dass wir dir immer diese Beispiele, wo du immer so rausziehst, zu jedem Argument gibt es immer so ein irgendwie so abstruses geschichtliches Beispiel. War nur für die Chinesen im Kaiserreich nicht so witzig, weil es zu der größten Drogenepidemie der Weltgeschichte geführt hat. Das ist ein sehr entscheidender Punkt und der ist auch sehr entscheidend für die Fortentwicklung und die Zukunft der kommenden Kriege. Weil wir hatten ja jetzt über lange Zeiten durch den Siegeszug des Kapitalismus, durch diese Globalisierung der Welt eigentlich einen relativ freien Fluss an Waren. Natürlich gab es Unterschiede und Konkurrenz, aber letztendlich gab es doch eine sehr starke Angleichung auch verschiedener ideologischer Konzepte. Und mittlerweile haben wir jetzt wieder eine stärker werdende Fragmentierung dieser Situationen, wo also verschiedene Machtblöcke wieder mehr entstehen, eben um Russland, um China, um Indien, die jetzt auch sehr unterschiedliche Interessen haben und dann entsprechend auch in einem konträren Machtverhältnis zu dem etablierten Block, den der USA, des EU-Imperialismus und so weiter stehen. Und das ist ja eigentlich auch das, worüber die ganze Zeit verhandelt wird in den Medien und so. Soll man jetzt hier diesen chinesischen Vorstoß eindämmen, der jetzt da und da wieder sich einkaufen will in diese und jene Industrie und so weiter. Und das heißt, es geht also immer mehr dahin, dass dieser allgemeine offene Warenfluss und offene alle können überall absetzen und sind einfach nur einer normalen Konkurrenz sozusagen zueinander immer mehr eingeschränkt wird und immer mehr aufgesplittet wird in die verschiedenen Machtblöcke. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Konfliktpotenzial enorm steigt und dass die Auseinandersetzung zwischen diesen Blöcken, um dann halt dem anderen Block ein bisschen was abzuringen von den Ressourcen, von den Menschenmaterial aus imperialistischer Sicht betrachtet von dem Land und so weiter, was in dem einen Block grob liegt, dem eben abzuringen. Und das sollte uns wirklich mit Sorge bereiten, weil natürlich ist auch das andere Szenario eine Welt, in der es möglichst wenig Schranken und möglichst wenig konzentrierte Machtblöcke gibt, auch scheiße, aber es ist auf jeden Fall weniger anfällig für große Kriege. Ja, weil es eben die großen Kriege schon hinter sich hat. Das finde ich ist auch was, was wir dabei nicht vergessen dürfen, um auch diesem ganzen liberalen Mythos zu widersprechen von, es entwickelt sich ja immer mehr zu einer großen Staatengemeinschaft hin und unter der Führung der großen liberalen Mächte und wenn einfach nur die Waren frei ausgetauscht werden und vielleicht auch noch fair produziert dabei wird, dann gibt es nicht mehr die Konflikte untereinander, weil dann können wir ja alles über den Warenaustausch regeln. Und tatsächlich muss man sagen, das ist eine wirtschaftliche Theorie, die wird in den großen westlichen Machtzentren vertreten und das ist auch eine Weltordnung, die die Vereinigten Staaten mit sehr viel Blut, Schweiß und Sprengstoff versucht hat, auf dieser Welt einzurichten und die sie auch bis heute weiterhin versucht, so zu verteidigen und die auch weiterhin Potenzial für Kriege bieten wird. Aber diese ganzen Kriege, so eine, wie du jetzt gesagt hast, weniger für große Kriege anfällige Weltordnung dann aufbaut, die darf man dann natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, genau, also ich denke, eben in diesem Szenario, wie du das beschrieben hast, dass diese bisherige Weltordnung so entsprechend herbeigebombt wurde, das stimmt und das ist natürlich auch, dass halt dauernd das Potenzial für kleinere Kriege da war, dass also dauernd also auch mal irgendwo, wenn sich mal ein widerspenstiges Staatengebilde da irgendwie eher antiempathistisch gegenüber dem USA verhalten hat, dass das einfach mal dann ausgetauscht wurde, da die Regierung oder mal ein bisschen rumgebombt wurde und so, ja, keine Frage, aber die Gefahr von wirklich so einer großen Eskalation, von so Weltkriegsszenarien, wie wir sie jetzt gerade wieder erleben, die war doch jetzt für eine gewisse Zeit, für so ein, zwei Jahrzehnte auf jeden Fall gedämmt, einfach weil diese Weltordnung erstmal sehr stark so manifestiert war. Und das wollte ich einfach nur damit ausdrücken, das ist halt, denke ich, jetzt für eine analytische Betrachtung wichtig, das mit auf dem Schirm zu behalten, ohne das jetzt werten zu wollen, was jetzt wirklich besser ist. Und dann kommen wir auch zum letzten Punkt, und zwar die ideologischen Gründe und das geht ja sehr gut einher mit dem, was wir eigentlich gerade gesagt haben, weil diese Machtblöcke, die wir jetzt beschrieben haben und die wir auch jetzt in der Welt wieder sich manifestieren, die haben ja schon auch einen unterschiedlichen ideologischen Background und das ist auch nicht unentscheidend, weil diese ja letztendlich einen wichtigen Teil der Begründung auch für warum man jetzt auf der einen Seite steht und warum die anderen auf der anderen Seite stehen liefern und die auch die Bevölkerung mobilisieren sollen, dann letztendlich gegen den Feind mit der anderen Ideologie ins Feld zu ziehen oder sich erheben zu können gegen die anderen. Ja und das ist sicherlich auch einer der schwierigsten Punkte, wenn es um eine Erklärung geht, weil alles, was wir bis jetzt ja eigentlich uns so angeschaut haben, waren sehr klar abzugrenzende materialistische Gründe. Wenn wir dann eben in dieses Spielfeld der Ideologie gehen, dann fangen schon manche an zu sagen, ja, aber das sind ja alles nur die großen Lügen, die aufgezogen werden, um dann diese darunter liegenden materiellen Gründe schönzureden und im Endeffekt geht es doch immer nur um harte Zahlen und Fakten und der Rest ist egal, was kommt ihr mir jetzt hier mit Ideologie an? Aber da würde ich sagen, das ist nicht so einfach zu verstehen. Weil natürlich basiert die Ideologie immer auf der jeweiligen Produktionsweise des Staates, aber nichtsdestotrotz ist es so, auch in diesen Kriegsszenarien sehen wir immer eine gegenseitige, sich beeinflussende Bewegung von den beiden Sachen. Und auch wenn diese Gründe vorher dem zugrunde liegen und die Ideologie im Endeffekt nur in diesem Rahmen funktionieren kann, ist es natürlich so, dass sie auch immer wieder auf die Kriegspolitik zurückwirkt. Um jetzt mal ein Fachterminus dafür zu nutzen, könnte man sagen, es ist eine ständige Redeterminierung von den beiden Sachen. Sie beeinflussen sich konstant gegenseitig und formen sich auch die ganze Zeit gegenseitig. Und ich denke, so müssen wir auch Ideologie in einem Kriegskontext verstehen. Weil sowohl, wenn wir uns nur die eine Frage so anschauen, als auch die andere, dann kann das immer zu Vereinfachung führen und kann auch nach einer rein materialistischen Sichtweise darauf, oder ich würde jetzt sagen, auch diese Betrachtung von Ideologie, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, ist materialistisch, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen will, kann dann dazu führen, dass die Handlungen auf einmal komplett irrational wirken. Weil wie kann es denn jetzt sein, dass Nazi-Deutschland so viel Energie zur Vernichtung der Juden aufgewandt hat, während es doch eigentlich diese Energie an der Ostfront oder an der Westfront gebraucht hätte, um weiter Krieg zu führen? Das ist natürlich eine Erklärung, die muss geliefert werden, wenn wir eine Erklärung von Krieg liefern wollen. Was auch noch für mich ein ganz zentraler Punkt in dieser Ideologie ist, dass es auch eine grundsätzliche Ideologie des Militarismus innerhalb von Gesellschaften braucht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, eine Gesellschaft dazu zu motivieren, Kriege zu führen. Weil natürlich spielen da auch eine Reihe von anderen Faktoren eine Rolle, die Leute machen halt nur ihren Job, die Leute werden halt dazu gezwungen, das zu machen. Aber in der Regel ist es doch so, dass Gesellschaften über Jahre, über Jahrzehnte militarisiert werden, ist über so lange Zeiträume auf so unterschiedlichen Ebenen eine Verwurzelung eines militärischen Geistes innerhalb von einer Gesellschaft geschaffen wird, um dann halt auch im Falle eines Krieges bereit zu stehen. In der Regel ist das, ganz oft ist das sogar eine Form von Vorbereitung, also dass man wirklich dann merkt, in Russland denke ich, kann man das ziemlich gut sagen, dass es eine Zunahme der Militarisierung an einem gewissen Punkt gab und auch wirklich dann ganz viele so Geschichten gab, wie das ganze Klassen, Schulklassen eben in so militärische Camps gegangen sind und da eben ganz viele Angebote es gab, die auch vom Staat gezielt geschaffen wurden, wo man dann eben sagen kann, jetzt, wo es dann zu diesem konkreten Krieg kommt, wurde einfach eine Grundlage dafür geschaffen, dass viele Teile der Bevölkerung, große Teile der Bevölkerung dann auch dahinter stehen, nicht dagegen aufmucken, weil man kennt ja diesen schönen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin, das funktioniert halt nur in der Gesellschaft, die nicht durchmilitarisiert ist, die nicht dem Geist der Hörigkeit, der Marschmusik, der Nation verpflichtet ist und dementsprechend ist das doch eine Sache, die sehr gut überleiten lässt, auf unseren letzten Punkt heute, warum grundsätzlich gegen Krieg und da finde ich, gegen Militarismus einzustehen, gegen diese Form von staatlich organisierter Gewalt einzustehen, ganz klar zu machen, wir werden hier nur verschachert, nur verschachert für die Interessen der Reichen, um gegen unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite der Landkarte überopfert zu werden, das ist erstmal eine ganz grundsätzliche Haltung, die immer im Zentrum eigentlich auch stehen muss von unserer Sicht auf dieses Phänomen und was auch mich so oft so schockiert, wie leichtfertig dieses Ideal, was für mich universeller Natur ist, was für mich ein ganz großer Wesenszug meines Seins und auch der Grundsätze des Anarchismus und auch der radikalen Linken allgemein und jeder sozialistischen Idee im Übrigen auch sein sollte, wie leichtfertig dieses Ideal wirklich vor die Hunde geworfen wird und man sich einspannen lässt für eine der beiden Seiten oder weil man ja irgendwie real politisch oder was auch immer sich Leute für eine Rotze ausdenken an der Stelle. Ja, aber genau an dem Punkt sei vielleicht auch noch kurz angeschnitten, dass Militarisierung natürlich nicht immer nur in dem klassischen diktatorischen Muster, wie wir es dann in Russland sehen, mit sehr, sehr, sehr viel ethnonationalistischen Pathos aufgeladen vorfinden müssen, sondern dass das auch ganz anders, ganz liberal, ganz freundlich nebenan, wie hier bei den Grünen in Deutschland funktionieren kann. In Deutschland gab es eine ganz klare schleichende Militarisierung. Wir haben bei der Wiedereinführung der Bundeswehr gab es Massenkämpfe. Die Straßen haben gebrannt beim ersten großen Zapfenstreich wieder. Die Masse der Bevölkerung wollte das nicht. Die war dagegen, dass es überhaupt wieder eine Armee von deutschem Boden gibt. Das ist ja ein ganz anderer Zustand, an dem sich Deutschland zu dieser Zeit befunden hat, als zum Beispiel in dann der Phase nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann sehr große Schmach dann eben empfunden wurde von Großteil der Deutschen wegen dem Versailler Vertrag und der Besatzung Deutschlands und so weiter. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, da war doch bei ganz viel nach einer gewissen Zeit, nach dem Setzen dieser Situation und auch dann der nächsten Generation, die dann gekommen ist, die dann die alte Generation konfrontiert hat, war doch ein antimilitaristischer Geist sehr stark verankert. Und wenn wir uns heute angucken, da ist so wenig noch von übrig davon. So wenig ist da noch von übrig. Und diese ganz, diese schleichende Militarisierung, diese Stück für Stück und immer weiter und immer normaler und immer tiefer in die Gesellschaft eingedrungen, hat eine viel zu große Akzeptanz in dieser Frage geschaffen, die mich absolut gruselt. Ja, eigentlich ist unsere letzte Frage ja auch eine, bei der man sagen kann, die ist eigentlich schon beantwortet. Denn man muss ja sagen, wenn man in dieser Welt gegen die Konkurrenz zwischen Menschen, gegen die Herrschaft von Menschen über Menschen einsteht, gegen eine staatliche, kapitalistische Organisation dieser Welt, dann muss man konsequenterweise auch ganz klar den Krieg, egal zu was für einem Zweck er jetzt hier auch geführt werden soll, in den unterschiedlichen Gesellschaften ablehnen. Denn am Ende des Tages wird diese Konkurrenz auch immer irgendwann irgendwo darauf hinauslaufen, um diese Ordnung weiterhin zu sichern oder die Interessen von den einzelnen Akteuren dann durchzusetzen. Aber man muss auch noch mal ganz konkret über die Folgen von Krieg sprechen. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie, wie wir es so häufig machen, eine lange Liste anführen über die vielen offensichtlichen Gründe, warum Krieg mit seinen Folgen grauenvoll ist. Jeder von uns, der nur einmal in irgendeiner Art und Weise entweder Krieg in den Nachrichten oder vielleicht sogar ganz reell aus der eigenen Familie mitbekommen hat, weiß, was Krieg bedeutet. Kurz gesagt, Krieg bedeutet Tod. Aber auch darüber hinaus hat Krieg sehr nachhaltige Folgen für die Gesellschaften, die ihn durchleben. Wir haben eine intergenerationelle Traumatisierung von Menschen, die alles andere als danach noch in einer guten Ausgangslage sind, um ihre eigene Situation zu verbessern, um weiterhin dafür zu sorgen, dass es nicht erneut zu Krieg kommt. Nein, eigentlich ist es eher umgekehrt, dass Kriege, die Gesellschaften, die für diese Kriege verheizt werden, noch stärker an die jeweiligen Staaten, an die Organisationen binden, durch die Gewalt, die sie durchlebt haben, dass sie ganz häufig jedes Klasseninteresse, was sie vorhatten, jedes Interesse an einer internationalen, in Frieden lebenden Menschheit, durch diese Gewalt aberzogen bekommen. Teilweise auch einfach, weil sie nicht anders können, weil sie dazu gezwungen sind, auf die Menschen auf der anderen Seite zu schießen, weil sie sonst selber zu opfern werden. Dadurch formt Krieg ganz akut Menschen eben in diese autoritätshörigen, ihrer Nation, ihrer Ethnie, ihrer lokalen Kapitalinteressen treu ergebenen Menschen, von der wir eigentlich als Anarchisten sagen würden, genau davon müssen sie sich selber befreien. Genau das ist eigentlich das, was im Absoluten, konträr zu ihrem eigenen, tatsächlichen Interesse als Mensch auf dieser Welt steht. Und du sagst es, eigentlich sind diese Gründe super offensichtlich und eigentlich sollten sie klar sein, aber sie sind alles andere als das. Es ist immer wieder, immer wieder in der Geschichte dazu gekommen und auch aktuell kommt es dazu, wenn wir uns nur den großen Verrat der Sozialdemokratie an den Interessen der Arbeiter in Klasse angucken. Es gibt, denke ich, kein besseres Beispiel in Deutschland als die Sozialdemokratie dafür, die ja wirklich eine gigantische Kraft, eine millionenumfassende Bewegung, revolutionäre Bewegung auch noch zu der Zeit waren, die dann mit großem Jubelschrein in die Schützengräben unsere Geschwister verheizt haben. Sicherlich, da war über viele Jahre war das eine Strömung innerhalb des Sozialismus, die den Frieden gepredigt hat, die gesagt hat, klar sind wir gegen Krieg, klar wissen wir das alles, was wir hier gerade beschrieben haben, auch selber in dem Podcast. Da gab es sicherlich auch eine einigermaßen vernünftige Analyse davon, die halt zur damaligen Zeit dann natürlich stattgefunden hat und noch unter anderen Bedingungen, aber wo das also auch richtig verstanden wurde, was Krieg eigentlich bedeutet. Aber dann gab es doch offensichtlich diverse Mechanismen, die dazu geführt haben und die würde ich speziell bei der Sozialdemokratie auch wieder in der Autoritätsgläubigkeit sehen, dass also auch die Parteiführung dort die Menschen in diesen Krieg getrieben hat. Aber auch in der Masse der Arbeiterinnen damals muss es ja eine Verankerung dieser Autoritätsgläubigkeit geben haben, dass sie das hat mit sich machen lassen und nicht gesagt hat, Junge, was redest du hier? Was ist das, hat das noch mit Sozialismus zu tun hier gegen meine Brüder hier ins Feld zu ziehen? Das heißt also doch, es kommt doch immer wieder auf und auch jetzt in jeder Auseinandersetzung haben wir Linke, die sich an der Seite von Kriegsparteien positionieren. Wir haben das in der Nahost-Debatte, seit Jahrzehnten haben wir das, wo auf beiden Seiten Leute sagen, ja klar, mach die anderen tot oder irgendwie hat das ja seine Begründung und da muss ich mich positionieren. Wir haben das in dem Ukraine-Konflikt ganz krass. Sowohl sehr kaputte Linke auf der Seite von Russland als kaputte, aber vielleicht etwas weniger kaputte Linke auf der anderen Seite der Ukraine. Wir haben also immer wieder diese Mechanismen und deswegen ist es alles andere als einfach nur so der Herr gesagt. Obwohl es menschlich und aus unserer sozialistischen Perspektive so logisch erscheint und so so klar erscheint, ist es alles andere als das, weil nun mal diese realpolitischen Widersprüche für die Menschen anscheinend so groß zu sein scheinen, dass sie sich immer wieder gezwungen sehen, da sich so entsprechend falsch, grundsätzlich falsch und der Befreiung der Menschheit entgegengesetzt verhalten. Ja und ich denke genau deswegen dürfen wir eben das, was wir auch in anderen Folgen schon angesprochen haben, niemals vergessen, dass wir auch einfach nur Subjekte des jeweiligen Staates sind, in dem wir leben, dass wir durch seine Politik, durch seine Interessen, durch seine Ideologie geprägt werden, das auch in unseren politischen Organisationen und genau deswegen müssen wir auch gerade in unseren eigenen Organisationen immer ganz grundsätzlich gegen Krieg einstehen und uns ganz genau anschauen, was da inhaltlich hintersteht, was für Interessen, was für dahinterstehen, wenn in unseren Organisationen dann auf einmal der Krieg bejubelt wird. Weil es ist ja nicht nur im Verrat der eigenen Ideale so, sondern es ist ja ganz realpolitisch so, dass der Krieg der Tod von jeder revolutionären Organisation ist. Ja. Wir werden immer die ersten Opfer in dem Krieg sein, die noch nichtmals dann eine absolut pazifistische Position haben müssen, sondern nur eine gemäßigte. Ich meine, wir würden jetzt eine absolut pazifistische Position haben, aber schon irgendein Einspruch gegen den Irrsinn dieses Krieges, wenn die Gewalt so losgetreten wird, dann ist sie so unkontrollierbar, dass sie gegen alle in dieser Gesellschaft wirkt, die nur irgendwie dieser herrschenden Ideologie, diesem herrschenden Narrativ und diesem herrschenden auf einmal gemeinsam kollektiven nationalen Interesse widersprechen. Und selbst das sehen wir ja jetzt schon abgeschwächt hier in Deutschland und deswegen muss es immer unser allererstes sozialistisches Interesse sein, genau dagegen in unseren eigenen Organisationen, in unserer eigenen Bewegung vorzugehen. Ich finde, das gilt es nochmal zum Schluss einfach zu betonen, dass wenn wir alles wegnehmen, einfach mal das ganze Leid und die ganzen offensichtlichen Resultate, die Krieg hervorbringen, wenn wir es nur ganz basal versuchen zu verstehen, was bringt der Krieg für eine revolutionäre Perspektive, das möchte ich einfach nochmal ganz klar bestärken, dann ist es immer und grundsätzlich so, dass er im Gegensatz zu revolutionären Fortschritten steht. Es war auch in der Geschichte so oft so, dass der Krieg und das vielleicht noch als weitere Erklärung für den Krieg aus Herrschaftssicht benutzt wurde, um revolutionäre Bewegungen zu brechen. Es war ganz oft so, das haben wir vielleicht auch ein bisschen vergessen in der Folge, dass Krieg tatsächlich auch eingesetzt wurde, weil es so große Spannungen innerhalb des eigenen Landes gab, so auch große revolutionäre Spannungen, dass dann auch gezielt der Blick nach außen gerichtet wurde, ein äußerer Feind geschaffen wurde, um auch die Umbrüche und Aufstände im eigenen Land kanalisieren zu können auf diesen Feind nach außen und einfach die Quälgeister wegzuschicken an die Front, wo sie dann zum Sterben gelassen wurden. Es gibt aus revolutionärer Perspektive, gibt es in einer Kriegssituation eigentlich nur zwei sinnvolle Phasen. Die erste Phase ist vor dem Krieg. Vor der Kriegshandlung ist es uns möglich, diesen Krieg zu verhindern. Sind die revolutionären Kräfte und die antimilitaristischen Grundhaltungen in der Gesellschaft so stark, dass wir in der Lage sind, diesen Krieg zu verhindern und vielleicht noch in der ersten Phase, also nicht nur direkt vor oder wenn der Krieg beginnt, noch zu verhindern. Und die zweite Phase ist nach dem Krieg. Wenn dann sich das Kriegsgeheul lichtet, dann haben wir auch eine Chance, entsprechende Veränderungen zu erzeugen, weil wir dann als Sozialistin sagen können, schaut euch das an, wir haben es euch gesagt. Es ist nur Tod und Zerstörung entstanden, nichts Gutes ist entstanden und wir müssen jetzt aus diesem ganzen Trümmern, müssen wir etwas Neues erschaffen, müssen wir endlich eine Welt schaffen des Friedens. Aber während des Krieges, wenn also das Kriegsgeheul so laut ist, dann haben wir keine Chance. Wir haben keine Chance und das sieht man auch in der Ukraine jetzt. Am Anfang gab es noch Friedensbemühungen und natürlich gibt es auch jetzt Leute, die für den Frieden einstehen, keine Frage. Aber trotzdem ist es doch so, dass eigentlich diese krasse Konfrontation jetzt gerade im Mittelpunkt steht und erst wenn sich dann der Krieg dort wieder lichtet, werden wir eine Chance haben, auch mit unserer Propaganda und mit unserer Position zu diesem Thema überhaupt wieder bei den Menschen durchzudringen, weil alle so verblendet sind mit ihrer von Propaganda vollgeladenen Köpfen. Das muss man an der Stelle einfach so sagen. Und in dem Sinne, Leute, wir stehen, wie wir das auch jetzt vielleicht nochmal ganz konkreter noch gefasst haben, als wir das in den vergangenen Folgen auch zu Imperialismus und zu den konkreten Kriegsfällen, die wir gemacht haben, da vereinen. Nein zum Krieg. Ja zur Revolution. Glück auf. Glück auf. Ey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischem Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube zu hören, dann denk doch darüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns, wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob Twitter, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden. Lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter. Und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über Paypal oder Patreon. Eure Kohlen für über Tage.